Herzlich willkommen bei den Riedbergwerken. Heute wollen wir uns mit einem speziellen Thema befassen, nämlich dem Sammeln von Gefahrstoffen. An vielen Stellen im Betrieb fallen Gefahrstoffe an. Es gibt zwei große Gruppen der Gefahrstoffe. Das eine sind Öle zum Beispiel bekannter Herkunft und das andere sind Öle unbekannter Herkunft oder Lösemittel wie Xylol, Methanol, Aceton etc. Für beide von diesen Gruppen gibt es unterschiedliche Lagersysteme, natürlich von den Riedbergwerken. Zum einen haben wir hier den Altölsammler AS und zum anderen den Sammler für entzündliche Flüssigkeiten GS. Beide Systeme selbstverständlich wieder mit 100% Aufwandvolumen und der Vakuumüberwachung beider Wände, so wie es die AWSV, die Verordnung für anlagenwassergefährdende Stoffe auch verlangt. Diese Sammler sind für manuelles Sammeln gedacht, deswegen haben wir hier einen großen Trichter und einen Feststeller. Hier finden wir auch direkt die Bedienungsanleitung, die sollte natürlich trocken zu den Unterlagen genommen werden. Und hier drin gibt es noch ein kleines Sieb, wo kleine Feststoffpartikel beim Einfüllen zurückgehalten werden, damit die den Tank nicht verschmutzen. Bei den entzündlichen Flüssigkeiten haben wir zusätzlich zum Trichter noch einen Einfüllhahn, den man jedes Mal vorher schließen und öffnen muss. Dazu ein abgeschlossener Deckel, der hier oben arretiert werden kann. Bei den entzündlichen Flüssigkeiten haben wir immer einen Kugelhahn verbaut. Dieser muss beim Befüllen geöffnet und nach der Befüllung wieder manuell geschlossen werden. Dieses System ist für Sachkundige geeignet, das heißt für den innerbetrieblichen Nutzung von Mitarbeitern, die geschult sind, wie sie damit umgehen müssen. Es gibt noch eine Ausführung, die auch für jedermann geeignet ist mit einem Fußtritt, wo dann ein Schieber automatisch geöffnet und geschlossen wird. Alle Sammler von Riedberg mit Trichter verfügen über eine hydraulische Überfüllsicherung. Das heißt, wird der Trichter befüllt und der Behälter ist voll, bleibt ein Rest der Flüssigkeit im Trichter stehen und ich kann dann anschließend die Peilstabkappe öffnen und dann läuft noch mal der Inhalt des Trichters nach unten durch. Ist der Tank komplett gefüllt, rufe ich den Entsorgungsdienst und über den Absaugstutzen kann er diesen entleeren. Bei entzündlichen Flüssigkeiten besteht jederzeit die Gefahr, dass eine Explosion stattfindet oder eine Verpuffung. Deshalb sind diese Behälter explosionsdruckstoßfest ausgeführt. Das heißt, die Flamme, die in den Tank hineinschlägt, könnte zwar explodieren, aber der Tank selber bleibt stabil. Er verformt sich, aber er reißt nicht auf und rettet so womöglich Menschenleben. Sollten Sie weitere Fragen zum Sammeln von Gefahrstoffen haben, so sprechen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Wir wünschen Ihnen alles Gute und jederzeit ein sicheres Sammeln von Gefahrstoffen. Ihre Riedbeckwerke.